Hier sind wir auf Deck 10, können wir ein bisschen spielen, hier ist das Poolgebiet von oben, hier kommen wir nochmal schön auf Marseille, der Hafen von Marseille, die anderen Schiffe, was hier liegen, muss einfach ein bisschen schön eingeladen werden, hier ist alles überdacht, der Poolbereich, ah, heute haben sie ihn offen. Heute ist er auch in der Poolbereich, hier die Whirlpool, super schön eingerichtet, hier ist die Bar, hier war gestern auch die Weibparty, und wer noch nie im Whirlpool war, kann hier schön im Whirlpool liegen, traumhaft schön.